Azzazel Creedia. Gucken wir mal. Bäh. Ne. Was wäre denn mit dem hier eigentlich gut? Einfach ein HP ab oder so, ne? HP ab und Münzen. Ja, mir macht es keinen Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es probiert natürlich, aber mir macht es keinen Spaß. Ganz und gar nicht. Komm, gib mir Münzen. Oh, ein Traum. Aufgaben mit einer speziellen Herausforderung, die du erledigen musst. Genau. Also in dem Fall war es jetzt halt Töte mit Azazel, mit dem Charakter, den ich gerade spiele. Delirium. Was habe ich gerade gemacht? Wie sieht das denn aus? Oh, krass. Weil er, glaube ich, ein Herz inzwischen rein gemacht hat. Also und keine sieben oder acht am Stück gemacht hat. Answers. Ne, ne, hat nichts mit Premium zu tun. Oh, das ist ja echt kacke, dass das hier fliegt. Können wir gerade die Spinnendinge auf dem Boden wegmachen? Krass. Warum fliegt das da eigentlich da oben raus, dass sie richtig kacke? Oh, ich habe noch... Ne, das kann ich nochmal neu machen. Ich habe eine Monster-Aufladezeit jetzt. Das geht nicht. Abonniert wäre schön. Da würde ich mich freuen, wenn mich die Leute irgendwie abonnieren könnten hier. Und gleich nochmal neu. Ja, das ist doch nice. Dem starten wir jetzt mal. Zack, Fools-Karte. Was haben wir hier oben noch? Na, guck mal. Okay. Schade. Gibt halt nix. So, jetzt starten wir noch ganz normal. Fuck. Oh, Mann. Oh, Mann. So, mit Azazir sollte das eigentlich nicht so das Problem sein, bis 3D Accreed zu kommen. Aber wenn du dann halt nix hast, ist auch kacke, ne? Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Mann. Oh, Mann. Sorry, kann ich jetzt gerade nicht mal so in den Chat gucken. Muss mich halt hier konzentrieren. So. Gibt leider nur Follows bei GORW, ja. Ach, viel zu wenig Views. Viewer, Gottes Willen. Also da müssen ja noch ein paar mehr engagieren, die hier zugucken. Das kann sich noch eine Weile ziehen, bis das mal so weit ist, wenn es überhaupt irgendwann mal passiert. Okay, das ist nett. Gibt aber nett, zieht auch vor, wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Na, war's. Genau deshalb. Scheiß Spinnen. Gut. 17 Viewer sind ordentlich. Ja, das stimmt. Im Moment ist das ganz cool. Was haben wir denn? Ah, okay. Bei Isaac kommen hier immer viele zu. Obwohl, am Freitag bei Skyrim waren es auch recht viele. Durch ein, zwei Hosts. Da kommt schon einiges zusammen. Ist schon cool. Aha, guck dir das mal an. Liegt da aber dann rum. Na dann. Ich weiß nicht, ob ich 500 plus brauche. Keine Ahnung. Ob das, ich glaube, Twitch macht das auch nicht so zu 100% von den Zuschauern abhängig, sondern auch, ob du konstant streamst und ob du, wie du das Ganze halt vermarktest und machst. Ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit der konstanten, natürlich auch, aber nicht nur mit der konstanten Zuschauerzahl zu tun. Aber wenn ich jetzt ankomme, sagen die wahrscheinlich nein. Ich wollte demnächst mal bei Loots anfragen. Da kann man, kennt ihr bestimmt oder einige schon, da kann man, ähm, äh, könnt ihr eine Message schreiben. Die wird dann recht groß im Bild eingeblendet und ich kriege ein bisschen Geld dafür, weil dabei auch noch Werbung eingeblendet wird. Für irgendwelche Spiele oder so. Okay, Matchbook. Naja, ist nicht so toll. Nö, also es ist ja eigentlich nicht groß anders wie jetzt. Also, ich meine, ob jetzt die 1000 zugucken, natürlich denkst du dann, oh, 1000 Leute, jetzt nichts Falsches sagen, aber... So im Großen und Ganzen ist es ja nicht groß anders. Was macht der Pencil? Klar könnte ich mir das vorstellen, deswegen mach ich das ja hier. Was macht dieser Pencil? Mit every 15 Tears fired, Isaac will fire a cluster of Tears instead of your normal Tear. Okay, cool. Nehmen wir mit. Bringt wahrscheinlich mit Brimstone gar nichts, aber ich kann's ja nicht ändern. Ich hab auch wieder eine Mimik. Das bringt wahrscheinlich gar nichts. Kann ich noch was wegsprengen? Die kann ich auch noch wegsprengen. Ich hab ja genug Bomben. Ja, nice. Da können wir auch noch reingehen. Oh, noch mehr Bomben. Super. Keine Ahnung. Nitra wahrscheinlich, ja. Au. Ah, zu früh losklassen. Oh, fuck. Vorbeigeschossen. Ah. 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 Okay. Der Kraken. So. Nee, aber das nehmen wir mit. Ganz klar. Lateinisches Fabelwesen, welches das Blut von Vieh trinkt. Lateinamerikanisches. Keine Ahnung. Oh, das ist der mit den Bomben, ne? Oh, nee. Ah, doch. Okay. Und gleich den Devil hinterher, oder? Aua. Aua. Ah, das ist kacke, wenn der nicht mehr geführt ist. Oh. Gut. Was machst du? Gib den Devil Deal. Super. Ah, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Eigentlich gar nicht so schlimm. So, brauche ich noch irgendwas hier oben? Nee. Wegen an die Kiste gehe ich jetzt auch nicht ran. Das lassen wir mal schön. Okay. Range Up wäre halt super. Irgendwas mit Range Up. Sag ich doch. Irgendwas mit Range Up. Weltklasse. Hier ist ein Herz hier zum Kaufen. Das ist gut. Wir haben ja super viele Bomben. Ist ja krass. Halo ist natürlich Weltklasse. Oh, ein Traum. Halo musst du direkt mitnehmen. Schlüssel brauche ich auch noch. Komm, wir machen's. Ach, mehr Bomben. Bomben sind schon geil im Creed Mode. Tja. Nein. Oh mein Gott. Ja, das war klar, dass Schniedel kommt. Irgendeiner musste das ja sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Herzen habe. Oh mein Gott. Ein Engel. Nein. Nicht sterben jetzt irgendwie, blöd. Danke. Boah. Ist hier noch was? Die Box? Nee, die Box nicht. Das hier auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich müsste schon noch einige haben. Und natürlich noch mal einen Engel. Aber der liebe Engel. Kann trotzdem Auber machen, besonders wenn man blöderweise reinfliegt. Das ist so dumm. Okay, ich mache hier eh nichts mehr. Habe ich hier alles mitgenommen? Ja. Ich mache hier eh nichts mehr. So, jetzt kommt die Ads-Ebene, ne? Jetzt kommt die Ads-Ebene. Ne? 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 Dankeschön. für die Polle. So. Was haben wir hier denn jetzt? Die machen wir natürlich beide platt. Kein Risiko. Was haben wir hier noch? Ein Schlüssel. Gut. Das ist doch nett. Ja. Ja. Auch ganz cool. Oh, sicher. Warum mache ich das? Warum bin ich nochmal nach unten gegangen? Pill-Mimic. One-Up ist sehr geil. Allerdings nicht mit einem HP. Das ist Blödsinn. So, jetzt fangen wir mal an hier. Und noch jemand. Acelot. Dankeschön. Es geht los. Zum Glück habe ich viele schwarze Herzchen. Sonst müsste ich hier dauerhaft resetten. Und diese Ebene ist echt fies. Obwohl sie mir jetzt gar nicht so schnell hintereinander vorkamen. Haben die das auch ein bisschen genervt? Ah, klar. Ah, klar. In mir drin. Hm. Das ist ja geil. Okay. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Und das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Und das ist ja gut. Ich glaufe. Um. Ich bin das nicht so schnell. Und ich bin das nicht so schnell. Ich bin doch nicht so schnell. Ich kaufe mir es trotzdem. So. Uiuiui, wo springst du denn hin? Ah, ich kann fliegen, Dr. Fred. Aua. Aua. Diese Revenge-Fly ist gar nicht so schlecht, ne? Aua, Mann. So. Nein. Nein, ich zeige natürlich keine Werbung. Ich bin ja auch noch kein Mitglied. Das heißt, ich habe ja auch noch keine Werbeverträge oder irgendwas in die Richtung. Wie gesagt, demnächst vielleicht über Loots. Mal gucken. Das gucke ich mir mal an. Die muss ich auch mal anschreiben. Mal gucken. Hier ist noch ein AP, aber das hätte ich gerne. Ich habe die Befürchtung, dass auf den... Ich habe noch zwei Ebenen. Okay, dann ist es okay. Dann gucken wir erst mal weiter. Der Vlid habe ich gemacht, ne? Ja. Loots wäre echt eine gute Alternative zu... Zu den Subs, die halt ich natürlich nicht habe. Aber... Ja. Mal abwarten. Oh, das ist nett. Ein Schlüssel. Und den hier noch weg sprengen. Ach, Mann. Kleine Herzchen. Na, P-Up. Sehr schön. Das bringt halt auch nichts, ne? Okay, ich starte einfach mal. Oi. Da muss ich noch mal Pause machen, kurz. Dankeschön. Das freut mich sehr. Bin ich jetzt hier aus Versehen drüber gelaufen? Oder war es? Ich bin aus Versehen drüber gelaufen. Danke für die Spende. Sehr nett. Diese Viecher, ne? Oh. Mit drin gespawnt. Ah, da war noch eine Fliege. Fuck. Hab ich nicht gesehen. Mein Perrück ist geil, ne? Oh, das wäre auch nett. Da macht meine Fliege noch mehr Schaden. Ich glaube, das nehme ich noch mit. Hier könnte ich auch noch reingehen. Ja, toll. Toll. Ich war auf dem Strich in Hamburg, ja? Das Reeperbahn nachts. Das Bild. Natürlich. Ich stopp mal. Nein. Wer hat mich... Hat mich die Hand so weit getroffen? Alles klar. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Arsch. Ich sehe das hier auch gar nicht, wo der... Wo der rauskommt. Das ist kacke. Drei Stück, natürlich. Oh, fuck. Also, es geht erst weiter, wenn ich den kaputt gemacht habe. Ach so, es war es schon. Okay. Gibt es blaue Herzchen? Natürlich nicht. Das wollte ich mir kaufen. Wegen der Fliege, ne? Wenn das für die überhaupt funktioniert. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Oh, Gott. Oh, Gott. Boah. Ah. Ah, es fällt da an. Kacke. Jetzt habe ich so wenig Leben, ne? What? Das war noch nicht der Devil-Deal? Ach nee, ich habe hier angehalten. Stimmt's ja. Okay, dann machen wir einen Devil-Deal. Natürlich machen wir einen Devil-Deal mit Doppel-Bloat und sterben. Willst du mit Assasel Doppel-Bloat überleben? Ah, springt zum Glück nicht. Allmächtiger. Sensen. Ist Sensen sinnvoll? Das hier ist noch sinnvoll. Das nehme ich mit. Sensen nicht. Bronson, hi. Dankeschön. So, hier haben wir alles, ne? Ich bräuchte jetzt halt mal blaue Herzen so langsam. Hier gibt's nix. Ich geh weiter. Ich muss hoffen. Weil mit zwei Herzen, klar, brauchst du es dann halt im Endeffekt nicht probieren. Jetzt gibt's auch keine Items mehr umsonst. Oh, sie war im Curse of the Darkness. Warum das denn, bitte? BFF. Ja, die Zuschauer steigen exponentiell. Das stimmt. Ist aber normal. Klar, du bist halt weiter oben in dem Ranking dann bei dem Spiel, bei demjenigen. Und, äh, dann steigt das automatisch. Das ist klar. Ähm, hier wäre ein HP ab. Ich muss aber eigentlich oben rerollen, ne? Bis blaue Herzchen kommen. Weil so. Ganz ehrlich. Aber ich kaufe mir mal das noch, um ein bisschen zu überleben. Aua. Das war natürlich Weltklasse. Ich werde hier sterben. Ich werde komplett sterben jetzt hier. Natürlich. Natürlich. Wie viel Spinnen willst du denn eigentlich noch machen? Die machen gar keine Spinnen. Ja, jetzt kommt noch Mami Hände runter, natürlich. Nein! Ah. Danke, One-Up. Warte, was heißt Nummer Uno? Bei Isaac oder was? Im Ranking. Ja, weiter, ne? Mal gucken, was ist jetzt hier gab. Aber irgendwas droppt auch Herzchen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ach, von Little Judd, ne? Kann ich mir mit zehn was kaufen? Natürlich. Ich weiß nicht wirklich. Krieg ich alles ein? Alle zwei. Kacke. Ja, geil. Fünfzehn. BFF? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich würde mir lieber ein HP abkaufen. Aber eigentlich brauche ich blaue Herzen nicht. Mit zwei Herzen brauche ich nicht super, ultra, greedy, greedy da gehen. Wie soll ich das denn überleben, bitte? Mit dem Pillemann-Strahl hier. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ich gucke mal. Ach, das geht nochmal von vorne los dann. Warum geht das denn nochmal von vorne los? Mächtiger. Ja, dann bin ich jetzt wohl tot. Verlangen wir noch irgendwo Herzchen, aber da nicht. Scheiße. Orbital Kill, ja. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, nach oben an die... Ähm... Orbital Kill. Kannst du ja vergessen. Bei... Sondern es ist bei Creed, ja, Creed, kriegst du das ja nicht hin. 10. 11. 12. 14.